hallo couchdb erste schritte gestartet wird couchdb mittels eingabe su lehrzeichen in anführungszeichen system ctl lehrzeichen start lehrzeichen couchdb punkt service enter passwort eingeben das sollte schon bekannt sein der test ob couchdb läuft erfolgt mittels eingabe localhost doppelpunkt 5984 beim browser oder in der kommandozeile per curl lehrzeichen http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich localhost doppelpunkt 5984 alle vorhandenen datenbanken werden durch die eingabe localhost doppelpunkt 5984 schrägstrich unterstrich all unterstrich dbs ebenso in der kommando zeile schrägstrich unterstrich unterstrich dbs die einzigste datenbank die momentan existiert ist die datenbank unterstrich users couchdb besitzt eine restful jason api das bedeutet die aktion auf die ressourcen geschehen durch eine http methode zum beispiel get ein beispiel anhand der eingabe curl leerzeichen minus groß x leerzeichen jetzt kommt die http methode das ist hier put leerzeichen jetzt kommt die uri http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich localhost doppelpunkt 5984 schrägstrich test wird eine neue datenbank angelegt abgefragt wird die datenbank durch die http methode get ok mittels eingabe curl leerzeichen minus x groß x leerzeichen unterliebt leerzeichen http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich localhost doppelpunkt 5984 test kann die datenbank wieder gelöscht werden außerdem verfügt couchdb über ein webinterface namens futon das man mit localhost doppelpunkt 5984 schrägstrich unterstrich schrägstrich u t i l s erreichen kann schau und viel glück schau und viel glück Untertitelung des ZDF, 2020